Moin Leute, oder eher Abend, es ist dunkel draußen, effektiv hier mit der offiziell ersten Folge unseres P-Logs, Proberaum-Logs und ich will gar nicht großartig Worte verlieren, wir fangen einfach direkt mal an. Genau, Neuigkeit Nummer 1, wir haben bei der Vorrunde der Ruto Live 2016 im Sunshine die Stimme auf unsere Seite bekommen, ihr habt für uns gewählt, ihr habt uns in die nächste Runde, also quasi in die Endrunde gewählt und darauf sind wir ziemlich stolz, das freut uns echt sehr, da es einfach unser zweites Konzert ist, was wir hier gegeben haben und dafür haben wir schon sehr, sehr viele Leute hinter uns stehen und das ist sehr, sehr geil. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Echt, das ist toll. Wie? Stolbe schweben nicht. So. Was uns auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, dass wir uns bei den Veranstaltern und Organisatoren bedanken wollen. Die Organisatoren der Ruto Live machen einen super Job, die machen Konzert für Konzert lückendicht und schaffen für die Bands eine super Atmosphäre. Die Organisatoren in dem Fall im Sunshine haben wirklich ganz, ganz große Arbeit geleistet. Es war ein großer Abend und der hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir möchten uns auf jeden Fall nochmal bei den Bands, die mit uns zusammen an diesem Abend gespielt haben, riesig bedanken, weil die Stimmung echt sehr, sehr schön war, über den ganzen Abend hinaus. Und gespielt haben an diesem Abend, Dicke Hose, Alex Fischer und Band. Und super geil, Leute. Mega fett. Von Anfang an eine geile Stimmung. Der Schuppen war rappelvoll. Ich habe das anscheinend noch nie so voll gesehen. Mega gut. Wirklich. Das war Hammer. Ja. Deshalb nochmal an alle Bands, riesen Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir spielen zusammen irgendwann mal. Aber wir haben noch mehrere Neuigkeiten für euch. Und weiter geht's mit dem nächsten Konzert. Ja, sehr gerne. Nächstes Konzert. Am 5.3. in Datteldülmen. Nächstes Konzert. Eine sehr, 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 sehr coole Aktion von Leuten, die mit behinderten Menschen arbeiten. Dafür wird das Ganze organisiert. Die Einnahmen gehen zum Großteil an die Stiftung. Da freuen wir uns sehr drauf, dafür die Leute zu spielen. Das wird ein verdammt geiler Tag. Genau. Jeder, der kommt, unterstützt diese Aktion nämlich mit seinem Eintritt. Und den Link für die Karten, die ihr euch noch reservieren könnt. Es gibt nur noch tatsächlich sehr, sehr wenige. Genau. Den verlinken wir euch unten. Daher sehr coole Aktion. Kommt einem guten Sekt zugute. Deshalb bitte unterstützt dies und kommt vorbei. Nächstes Konzert nehme ich Ruhe Tour Live. Und zwar die Finalrunden. Es sind nämlich tatsächlich vier Konzerte. Los geht es am 16.04. im Juwel in Werne. Einlass 19 Uhr. Am Start sind die Bands, die die Vorrunde jeweils gewonnen haben, überall. Und zwar sind das... Das sind dann einmal Any Evidence, Shock Out aus Lünen und The Harrison Comparison. Und wir sind auch dabei. Wird, glaube ich, alle vier Konzerte. Ziemlich fett. Das sind geile Locations dabei. Und wir freuen uns da richtig drauf. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Danach Ruhe Tour immer noch. Es sind ja vier Termine nochmal. Spielen wir dann am... Am 23.04. spielen wir im Jugendzentrum Sunshine wieder in Selm. Da, wo wir auch die Vorrunde gewonnen haben. Jan, mach die Klappe. Es ist egal, was ihr neben mir macht. Mach die Klappe jetzt. Sänger. 29.04. und zwar in Una in der Lindenrauberei. Da findet das dritte Konzert der Endrunde statt. Und das letzte Konzert der Endrunde. Genau, das grande Finale findet statt am 20.05. im Yellowstone in Bergkahn. Und zwar hoffen wir einfach, dass ihr alle wieder dabei sein werdet. Dass ihr mit uns eine grandiose Party feiert und einen richtigen Abriss. Und es einfach zu einem unvergesslichen Ende dieser geilen Ruhe Tour macht. Und ja. Ich glaube, genau damit können wir uns von euch verabschieden und sagen, hoffentlich folgt ihr weiter unserem ProBraum-Videoblog. Tschüss. 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 Arrivederci. Kajen.